Ja, was machen wir da eigentlich so lange? Ich muss meine ganzen Fertigkeiten und den Dings noch... Er guckt wahrscheinlich in seinem Stream oder so. Ach, leg mich doch. Er guckt seinen eigenen Stream. Oho! Was macht denn da wohl? Hey Leute, ich kann nicht mehr mitspielen. Ich will den Stream gucken. Wenn wir beendet das Spiel... Oh, schon vorbei. Ich kann wieder mitspielen. Oh, nee, der Stream geht wieder kurz. Ihr seid schon bescheuert. Oh, Scheiße. Oh, wow, der ist jetzt so richtig. Oh. Es fliegt wieder los. Oh, jetzt kann ich nicht mehr mitspielen. Oh, das Spiel ist schon wieder vorbei. Nein. Oh Gott, wie behindert wir sind. Hallo, ich... Eine Sekunde. Ja? Tut mir leid, Dr. Candle, aber die Probe bringt mir nicht die Ergebnisse, die... Machen Sie es bei Zimmertemperatur? Ähm, Sie sagten... Ich sagte, Zimmertemperatur verflucht. Ja, also, ich glaube, wir sind innerhalb der Vorgaben. Wissen Sie was? Ich mache es selbst. Sie lassen es liegen und wir tun einfach so, als wäre es nie geschehen. Kaum zu glauben, wie schwer es ist, bei einer Pandemie gutes Personal zu finden, hm? Jedenfalls... Die gute Nachricht ist, wir arbeiten an den Sachen, die Sie bisher gebracht haben. Dr. Alice in unserem Krankenhausflügel zu haben, ist pures Gold wert. Jetzt habe ich Zeit für die Forschung. Meine Frau sagt immer, ich kann besser mit Keimen als mit Menschen. Meine Ex... Frau... Ach, die ist lesbisch. Machen Sie einfach weiter wie bisher. Wir sind auf halbem Weg, einen Impfstoff zu entwickeln. Und mit Ihrer Hilfe schaffen wir auch den Rest. Ich wusste doch, die... Das hat irgendeinen Hintergrund, ja. Oder die immer so grantig ist. Proben des ursprünglichen Krankheitserregers, die wir von dem Geldschein genommen haben, der als Primärüberträger verwendet wurde, gewähren uns einen Einblick in das Basisgenom des Virus. Ich habe eindeutige Beweise dafür gefunden, dass es künstlich ist. Das Genmaterial von einem halben Dutzend anderer Erreger wurde auf das Pockenvirus übertragen, um es noch tödlicher zu machen. Die WTF ist hier auf dem Klo passiert, Mann? Oh mein... WTF ist hier auf dem Klo passiert? Oh mein fucking God! WTF ist hier auf dem Klo passiert? Kannst du mal geguckt, Mann? Da war voll die Hölle, Alter. Die was? Die bei Kackers Bluts! WTF?! 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 Oi! Agent, die Cleaners legen immer neue Brände und uns fehlen die Mittel, sie zu löschen. Wenn wir ihre Napalm-Produktion nicht stilllegen, sind wir nur eine steife Brise von einem Großbrand entfernt. Die Sache ist, die haben ihre Hauptproduktionsanlage mitten in ihrem HQ, also da, wo sie gerade hinwollen. Finden Sie sie und zerstören Sie sie endgültig und dauerhaft. Wir müssen auch Ihren Anführer, Joe Farrow, ausschauen. Wenn er einen, der wieder verflügt wird, wird er wieder verflügt. Oh, das Ding konnte man auch anschießen. Das wusste ich jetzt nicht. Da müsste alles voller Napalm und Benzintank sein. Wenn Sie einen Tank finden, machen Sie ihn unbrauchbar. Kommt einer hoch. Ja. Wir wollen nicht, dass die Trainers das Zeug holen, wenn Sie fertig sind. Wir haben alle gesehen, was Sie damit anrichten können. Ja, sehr nett. Nehmen Sie Ihre Leute und überwachen Sie die Umgebung. Ich habe nur ein komisches Entschuldigung. Aufpassen, Pfütze. Ja. Die Tiefe sind nass. Oh, scheiße. Sorry. Die Tiefe sind nass. Mein Gott, ey. Okay, hier ist noch ein Dixie. Hier kann jeder auch mal Pause machen. Socken wechseln. Oh, cool. Idee. Denk an, wenn man die Socken umdreht, hat man wieder neue Socken. Ey, das ist doch kacke. Beide sind besetzt. Ey, mach auf. Mach auf. Ey, du hast mir gerade in den Rücken geschossen, du Idiot. Ich nicht. Hier, das ist ein Medikit. Danke. Ich bin ein Zweiter heute. Die rennt schon wieder vor. Ne, ich bin so euch. Achso, Diablo rennt vor. Kennst du die ganzen Missionen schon? Ja, sicher, Junge. Torsicht! Achso, hier kann man sich gar nicht hinterverstecken. Oh Gott. Oh Gott. Wo soll ich denn jetzt hin? Lauf mir hinterher. Mach mal Gegner. Oh Gott. Toll Krieg ey geil Böhm Bei mir hier oben ist die Moonkiste Was jemand braucht Aufgepasst Leute, wir haben Gesellschaft! Lasst alles stehen und liegen und legt die Schweine um! Ruf Das ging ziemlich aggressiv, ich glaube da sollte eventuell eine kleine Therapie machen Wenn man sich so umguckt, ist ja schon cool gemacht Ja klar Hä? Hm Ich bin da, ich bin da, ich bin da Ich bin da, ich bin da Ah toll B ж Yeah Ja Ja Macht es. Da oben ist ein gelber Spass. Gazi! Ja, Blue! Gazi! Und die Granate! Warte, ich werf dir was hin. Danke! Also ich lieg genau vor ihm und er sagt keinen Ton zu mir. Ich hab Aua gesagt. Ich lauf mir hin weg. Ich glaub ich muss was anderes nehmen als meine Pistote. Warte. Fuck. Oh. Sniper. Ich hör gernUM . Und hier ist man 식, być ich da weitem. Magister. Guten Tag! Ja, Ich werde das nicht ö permanently verlete fundamentally fügen. Ich sage. A, Gaube. Emma. No, auf hier! Ich habe ihn dir, wenn ich die Nurkennig sehe. Ich denke nichts weiter. Hey, wake up. Warnung, chemischer Sprengstoff-Signatur entdeckt, Standort identifiziert. Läuft bei denen. Was denn? Chemischer Sprengstoff-Signatur entdeckt. L-86. Sonderentfertigung. Da sind zwei Stück von... Keine Sniper? L-86. Alter, was macht ihr denn? Ich möchte vorher auch sehen, wo das Ding ist. Wo ist denn das, was du gefunden hast? Ja, ich denke mal das hier ist es, der große Tanklaster hier. Ja, genau. Wir haben zwei Millionen. Hä, da hast du was gefunden? Wo hast du denn den Loot denn her? Alter, wollt ihr mich verarschen? Was denn? Den Sniper los, oder was? Den gab's hier oben. Da könnten kommen sie. Weil ich den Sniper hier oben hab... Hier vorne ist die Kiste. Ja, müssen wir die hier weg, Leute. Hallo? Was ist denn? Zaheit. Achso, wir müssen die verteidigen. Wir müssen die Kämpfer der Regierung. Wir wissen, dass sie leben. Scheuer. Wenn wir sie hier aufhalten... ...wir müssen sie schlafen lassen. Sogar die ganze Welt. Wenn wir sie hier durchlassen, war alle unsere Arbeit im Sonnen. Und das werden wir nicht zulassen. Wir müssen sie einfach zu dem Sprengsatz bauen. Kommt die nächste Bälle. Na, Kämpfern? Die dürfen halt nicht an den Dings rankommen. Ja. Oh. God. Na, echt stand da oben, Leute. Ich weiß gar nicht, wovor ich Angst hab. Kommt die schon wieder mit dem Scheiß-Blamm-Wetter. Ich weiß gar nicht, wovor ich Angst hab. Ich lass mich jetzt Laurens testen an. Oh klar. gebäude geben kümmern sie sich zuerst darum und dann um joe faro wuhi loot und nur so ein blaues kackding hier cardigan und beim gabelstab da könnt ihr eure munition auffrischen wo gehst du jetzt lang da vorne ist noch eine kiste hier irgendwie hier muss eine sein also wenn du ein bisschen weiter unten im untergrund ist eine oh ja eine waffenkiste komm mal hier rum ne waffen nicht munition achso ne schicker schutzmaske in blau mhm hä? da unten drin habt ihr was gefunden? ja 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 alle sind da hinten die würde nasse schuhe hm furchtgebiete hm 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 die schlechter als ich selber habe da habe ich ne bess also ne eigene besser gebaut das echosignal geortet endlich werden wir den ganzen raumstoff los das muss auch was du machst das muss auch das muss auch die Oh, Gegner. Klar, Kämpfer. Äh, boah. Hab Tinnitus. Ich auch. Ah, scheiße. Das mit den Schultern wechseln, kann ich mir nicht merken. Den was wechseln? Pulter wechseln. Pulter wechseln. Ja, über die Waffe guckt. Über links jetzt, über die Waffe guckt, oder rechts. Weiß das einer gerade, welche Taste das ist? Nö. Ich lass mich da mal überraschen. Wir machen folgendes. Wir ziehen uns zurück, dann sammeln wir uns am Wachtturm wieder. Und da halten wir sie auf. Habt ihr verstanden? Diese Stellung dort werden wir halten. Und die werden sich nach Wünschen sich nie mit uns angelegt haben. Oh. 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 sisting Ja. Hier sollen auch wieder Kisten sein. Oh. Wo kommt er denn her? Der stand da. Die schlafen. Sie hätten fliehen können. Sie könnten zu ihren Familien gehen. Aber sie bleiben, um das Gespür auszunehmen. Sind hier keine Dach-Nie-Eröffnen? Sie haben sich geopfert. Und dann kommt ihr und versucht alles kaputt zu machen, weil ihr nicht mannst genug seid, dass es uns nicht klappt werden muss. Eine? Hier ist noch eine zweite. Warte mal, hinter? Nee, hinter mir jetzt. Ja, hier müsste irgendwie höher sein, höher gelegen. Ja? Ja, ich glaub ja. Nee, höher geht ja gar nicht. Nee, kommt rein. Nee, nee. Eine Sequenz? Ja. Ich glaube. Wir haben eine Sequenz. Nee, das ist nur nice. Jetzt gehen die Dinge mehr. Die Fahrstuhl-Sequenz. Du, du, du. Links oder rechts? Rechts. Halt mal. Werd ich schon da? Ja. Vielleicht gucken wir noch die Fahrstuhl-Musik an hier. Lol, ich sehe die Gegner. Lol. Oh, Phil. Hashtag. Hashtag, ich sehe den Gegner. Oh Gott, die stehen ja hier hinter der... Oh, warte dir noch, geh da rein! Die haben hier die ganze Bude vermint, Alter. Das ist alles Panzerglas hier. Guck dir mal, die ganzen Träger sind voll vermint. Ja, das Ding fliegt nah, auf jeden Fall. Wo seid ihr denn? Nicht spoilern. So. Ich komme mir nicht lang. Bin ich der Einzige, der jetzt schon kämpft hier, oder was? Nein, ich kämpfe auch. Das baut die nicht. Hier hinten, Alter, von hinter uns. Ja. Schießt er denn auf mich? Wooh. Wooh. Schlimm wird es, wenn der aus seinem Glaskasten kommt. Oh, ich hänge hier immer feste Alter, was ist denn das für ein Scheiße? Oh, ich bin hier. Oh, ich bin hier. Oh, ich bin hier. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Das war Zuna. Das ist dem Glaskasten der Endgegner. Der wird richtig heftig. Welchen Glaskasten meinst du denn? Oben. Einmal Treppe hoch, dann den Glaskasten. Geh da hoch, reiten den vor und dann kommt er raus. Der da hinten, ja. Aber da unten ist noch einer, den wir kehren müssen. Ja, erkannt. Ich glaube da solltest du dich nicht hinstellen, Bounty. Nein, nein. Hä? Links kommen welche. Links kommt auch der Haufen, Typ wieder. Ja. Aufpassen. Die ging gleich weiter hoch. Oder nur einer. Hä? Wer springt denn die? Die Tanks. Oh er ist schon da. Jo. Los nach oben. Nach oben? Keine Ahnung wohin. Ich renge gerade mit dem Kreis. Oh hinter uns. Hä? Ah, einer geht gleich hoch. Ja. Wieso, Bounty? Warum hast du die anderen denn nicht gekillt, der hinter uns dann? Willst du mich verarschen? Ich renne gerade weg. Ja, Flo! Der kommt! Ja. Ich glaube hier einer mich mal eben... ...weißen. Boah. Fuck die... Ich hab Nahkämpfer am Arsch. Das ist halt das Problem. Bravo. Detonationssequenz eingeleitet. Komm. Zuhilfe. Aber hier fliegt langsam auch alles in die Luft. Oh. Alter, was ist denn das hier? Ja, ich bin ja im Branden, Alter. Ich bin verrundet. Überall knallt das hier und brennt. Und hier hinter dir unten. Hallo. Was ist denn? Ja, keine Ahnung wie man hier rauskommt. Hä? Wieso? Kann ich nicht mehr schießen? Wir leben uns erstmal wieder. Ich kann nicht mehr schießen. Gar nichts. Weil da ist so ein Typ hier hinter mir her gewesen eben. Ja, laufe irgendwie vorbei. Achso. Jetzt brauche ich Hilfe. Diablo ist da hinten noch. Ja, aber der geht jetzt da runter. Ja, der braucht. Der, der... Ich versuche hier rauszukommen eigentlich, aber... Wir müssen früher die Beine in die Hand nehmen. Irgendwie rauskommen oder so. Aber wir müssen den schneller töten. Hm... Die... Die Sequenz... Hat er sofort begonnen, nachdem er tot war. Das war das letzte Mal auch so. Jetzt müssen wir losrennen. Jetzt zeigt er nämlich auch an, wo wir hin müssen. Das müssen wir nicht bekämpfen? Nein. Einfach in den Fahrstuhl runterfahren und dann sind wir fertig. Wartet. Da, ich bin da. Das ist doch dämlich. Jetzt haben wir den Loot von dem Typen gar nicht gekriegt. Die Leute auf der Straße werden ihren Wegen länger leben, auch wenn sie es nicht wissen. Gute Arbeit. 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 Bis zum nächsten Mal.